Wenn man vor 08... Ohne Blinker abgewogen. Das müssen Kondaktrein laufen. Mit 14 in die Kurve, oder? Ja, ist im Gang, really? Oh, sind wir geladen? Alter, mit 20 auf die Autobahn. 35 auf die Autobahn, unglaublich. Durch die Straße. Fahrt da rüber! Junge, Junge, Junge. Fahrt da rüber, wie soll man da noch vorbeigekommen? Jetzt rechts halten und die Ausfahrt nehmen. Really? Das ist eine Angst. Ja, eher behinderten, oder? Fahrten sitzen, die sind nacher 100. Nach einem Kilometer im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Was fährt der denn? Sehr gut. Wie hat das drauf? Unverschbar, ey. So, ich kann ich ja gut nicht jungen. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Bis dann. Und jetzt. Ich bin ja gut. Oh, ich bin ja gut. 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 Da auch nicht Entschuldigung 1,50m Was ist der eigentlich? Das ist keine Spur Wir fährten zwischen die Spur Was tut der da? Was wird das? Was weiß der selber? Ist das wirklich? Oder ist es nur etwas, was er sagt? Ja, hallo? Da ist ein Sackspiegel, Mann! Das 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 ist ein Sackspiegel